Leute, ich bin völlig fertig. Keine Helmfrisur hier mal wieder. Das war, glaube ich, bis jetzt eine meiner krassesten Strecken. Mit dem Fahrrad hier hochgeeiert. Ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter das sind. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich das mit dem Fahrrad so weit nach oben geschafft habe. Ich weiß, das ist für einige von euch nicht so krass, aber ich bin wieder ein bisschen stolz. Und hier fahre ich jetzt gleich wieder runter. Nein, das wäre krank. Und dann fahre ich so weiter und springe dann da hinten in den See. Und bevor ich es vergesse, die neue Folge vom Kottbruder Podcast ist da. Hört es euch gerne an. Spotify. Kostenlos. Dies, das. Ihr wisst Bescheid. Danke.